Fuck, God, Cola Light! Mach mal bitte nochmal! Fuck, God, Cola Light! Das war dieses Sound? Das ist aber auch so geil gesagt, Alter. Wann hast du das denn aufgenommen? Das war bei Cosmo, äh bei Ghostwatchers. Bitte spiel das nochmal ab. Fuck, God, Cola Light! Hast du auch die anderen? Ähm, ne leider nicht. Ach, Gen! Wie geil! Wie geil ist das denn? Ich glaub, wo Eric das... Hat der ja in der Folge öfter mal gesagt. Und da hat dann immer einer noch dazwischend geredet. Da ist die Geisel. Ist da rechts einer? Ich gucke. Niemand. Ich gucke. Der ist safe hier links. Bei der Tür. Naja, niemand hier. Ich mach keine Tür mehr auf, ne? Geil, das ist glaub ich. Da sind glaub ich diese, diese rot markierten da. Diese weißen mit dem roten Kreuz drauf. Nicht alle, aber die meisten davon. Direkt vor uns. Ich weiß auch nicht, ob da noch einer ist. Polizei! Hands up! Put your hands... Ab den! Nice! Stay where you are! Oh mein Gott! Talk to elemented! Was ist das? Was ist das? Das ist einfach nur ein Alarm. Das ist nur ein Alarm. Alter! Schock! Warte! Zum Griff? Okay, hier ist keiner. Warte, 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 warte. Immer schön auf den Boden geschauend. Runter, Junge! Ich hätte fast geschossen. Ich hätte fast geschossen. Ich glaub da ist noch jemand. Ich glaub da ist noch jemand. Wie er sein Gesicht angefasst hat. Aua! 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 Ich hab doch gar nichts gemacht! Gar nichts! Also die... Die Tür hier war... Aua! Aua! Können wir die aufschießen oder so? Von der guten Distanz. Soll ich mal? Soll ich mal? Warte, 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 warte. Geh mal weg, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Geh mal einen Kilometer weg. Okay, vielleicht war dieses Mal nicht vermint. Da wird nochmal auf Nummer sicher gegangen. Warte. Buh! Ja, ich sag's aber gerade jetzt genau. Ich liebe es, Türen einzutreten. Das ist lustig. Neues Hobby? Neues Hobby. Bei irgendwelchen random Leuten einfach... Machst du... Machst du noch alles... Alles im... Im Bau, ne? Aber die geile Badewanne ist schon drin. Ja. Ja. Ist die Hauptsache. Achtung, links drauf? Ja. Warte, Junge. Hier ist noch ne Tür. Vorsicht. Hier ist ne Gemeintür. Nein. So ne rote... Ne Minentür eventuell. Willst du den retten? Was ist denn, Junge? Der Geisel geht vor. Die haben den umgebracht. Die haben den Geisel weggemacht. Die haben den Geisel weggemacht. Die haben von den Geisel... Da... Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Doch nicht. Okay. Der ist nicht wirklich... Junge, die Waffe. Oh, da ist ja einer drinnen! Alter! Wo kam der her? Ich hab keine Ahnung. Tote. Okay. Du brauchst schon das richtige Werkzeug dafür. Mal... Equipment. Ha! Hier bin ich bald drauf. Oh, oh. Ich erkläre euch ne? Achtung. Nicht erschrecken. Das ist eigentlich schon so. Ach genau. Wir müssen diese eine da retten. Gott sei Dank. Da läuft noch jemand rum. Könnte oben sein. Ah, genau. Hier unten sind noch äh... Zimmer jetzt. Die müssen wir auch noch mal durchsuchen jetzt alle. Warte mal ganz kurz. Ganz kurz. Gehen wir mal kurz zurück. Die haben zwölf. Wie meinst du? War noch zu, die wir nicht geguckt haben. Okay. Wir sind wieder am Anfang. Alles klar. Dann können wir wieder zurück. Ich hab mich erschrocken. No. Scheiße. Jego, was sagt die auch mit einem Schuss zusammen, Alter? Das ist... Ich hab der vielleicht... Ich hab der vielleicht in C geschossen. Du Mörder, sag Matthias zu. Du Mörder. Huch. So ein Verschwenden kann man mal machen. Ich bin ausgerutscht. Ich geh schon mal ein paar Meter weiter zurück. Hallio, Erik. Darfst die Tür auftreten. Oh, da wird der sofort abgerutscht. Hahahaha. Egal, Alter. Ich hab so kassiert. Geil. Blutung stoppen. Ich bin wieder wie neu. Guck mal. Teppich hat der auch. Ah, der hat auch ne Flashlight. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Der lässt sich richtig gut gehen. Der gönnt sich einfach hart. Da ist sogar noch Wasser drin. Oha. Kaltblütige Mörder am Berg. Gefällt mir der Titel. Ah, da kamen wir her, ja. Kamen wir das? Ja, da ist doch jemand. AHHHHH! No, 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 no. Ich muss nachladen. Ich hab keine Muni mehr. Er schießt durch die Wand. Er schießt durch die Wand. Warte, warte, lass mich durch. Von dir links war das, ne? Nein, 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 rechts. Links von dir, links von dir, links von dir. Das wäre da einfach so weggehittet, Junge. Junge, der hat mir einfach so einen kleinen Headshot gegeben. Das war ja der Shit. Warte, ich wechse. Huch. Super. Wer jetzt da einer drüben gewesen wäre, wärst du schon. Was wärs denn mit dir, Junge? Ich verhafte den Mistkerl. Ich seh nix. Ich verhafte den Mistkerl. Der steht wieder auf. Holy Shit. Echt? Ja. Der steht zur Form. Er war noch nicht tot. Hast du ihn nachgeladen? Ich hab nachgeladen, ja. Hättest nein sagen müssen. Na dann. Ach, ja. Okay, ich soll, okay. Ich hab verstanden. Oh ja, ja, ja. Warte, ich kann mir hier ein Schild. Huh. Von wo? Links. Tür ist da zu. Ne, also da, links. Links jetzt. Achtung, rechts ist offen, ne? Ja, die sind links. Zwei. Und nach nach. Ja, 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 ja. Ich werfe ein Ding ins. Oh, ja. Oh, ja. Er ist tot. Alter. Holy Shit. Oh, ja. Lass doch festleben. Oh, da stirbt der Typ an, Alter, ey. Hast du seine Waffe gemacht? Ja, ne? Ich bin einen schon. Bei den hier, wo ich noch... Ja, bei dem hab ich schon, hab ich schon. Kann ich auf Klavier spielen? Oh, wieso steht der da oben drauf? Was steht der da oben drauf? Was steht der da oben drauf? Okay. Der auf den... Der Bastard, Alter. Guck mal, der stand rechts einfach da oben, nur in der Ecke. Auf diesem stuhlen Tischbein. Kann man machen. Alter, das gibt's doch nicht. Ich muss mich noch identifizieren, Jens, dass ich tot bin. Ja... Ekelhaft. What the fuck? Ja, genau, genau. Hier bin ich drauf gegangen. Ich bin hier rein. Und dann haben die mich da eingekesselt. Ah! Wie auf die Zunge gebissen. Au, au, au. Links war... Und da ist noch ne Tür. Auf ne Tür. Gut, dass es da drin ist. Ich wollte grad sagen. Safe sei jetzt gleich irgendwas. Warte mal. Hast du ne Granate gehoffen? Oder war da so ne Dinges? Falle. Ah, okay. Grad, bevor ich aufgemacht hab, hab ich so... Ich hab doch irgendwie irgendwas vergessen, Alter. Und dann, bam. Ging's hoch. Und jetzt kommen die Minuspunkte gleich, Junge. Jawoll! Weil. ё!